Ey, was ist denn voll geil? Guck mal, ich kann jetzt hier... Guck mal, ich brauch gar nicht laut reden. Ich kann jetzt einfach hier chillen und wir können einfach miteinander labern, checkst du? Ja, ich steh auch ein bisschen. Was ist denn los, Atze? Wartest du denn auf dem Bus oder was? Was ist denn da los? Ich wart hier grad auf dem... Jo, bist du nicht Papa Platte? Ich wart grad auf dem 713er. Digga, das sieht aus, als ob du so ein scheiß Zivil-Cop bist, der gerade so einen Blitzer aufgestellt hat mit deiner Keim. Wir haben dich Poliwetsch spielen sehen. Bitte lass den Hund die Nummer. Ich bin hier gerade. Was ist denn los, hä? Komm, fahr doch mal. Trau dich doch mal mit deinem Fiesta. Ich hab dich doch gestern schon hier sehen. Du bist feiner Tuner. So, ich hab hier alle drauf. Oh, der hat knackt und der ist zu schnell gefahren. Was geht ab? Ich bin Car-Spotter. Oh, was geht denn hier ab? Warte mal, das ist ja ein seltenes Ding. Boah, was kommt denn hier? Ach du Scheiße, das ist McLaren 720S. Guck dir mal den irischen Wolfshund an.